Willkommen bei DWS Storbratter Online, meine Damen und Herren. Mein Name ist Gregor Feiter und ich möchte Ihnen das Seminar Gebührenrecht aktuell ein wenig schmackhaft machen. In diesem Seminar können sich einen schnellen Überblick über die wichtigsten Gebührenvorschriften verschaffen. Sie werden darüber aufgeklärt, wie und welche Arten von Honorarvereinbarungen es gibt und Sie werden über die neuesten Entwicklungen des Gesetzgebers informiert. Daneben erhalten Sie diverse Tipps zur Optimierung Ihrer Honorare, damit Ihre persönliche Aufwands- und Ertragsrechnung voll aufgeht. Hier schon mal ein erster Tipp, lieber Vorschuss statt Lorbeeren. Wir freuen uns auf Sie.